Mit dem Stanzwerkzeugset, auch Aushauer-Set genannt, können kreisrunde Ausstanzungen aus verschiedensten Materialien gestanzt werden. Das Set besteht aus einem Stanzblock und 14 gehärteten Stempel mit unterschiedlichen Durchmessern. In unserem Beispiel verwenden wir einen Stempel mit 12 mm Durchmesser, mit welchem wir einen Bogen aus Aluminiumblech mit der Stärke 0,5 mm bearbeiten. Zuerst entfernen wir alle Stempel, die nicht gebraucht werden. Aus Sicherheitsgründen sollte man bei der Bearbeitung von Blech immer Schutzhandschuhe tragen. Anschließend schieben wir den Blechbogen in die dafür vorgesehene Öffnung und positionieren diesen entsprechend, sodass das Material optimal unter der gewünschten Stempelgröße liegt. Als nächstes platzieren wir den Stempel im dazugehörigen Loch. Wichtig ist, dass die Seite mit den scharfen Kanten nach unten und die Fläche mit den abgerundeten Kanten nach oben zeigt. Danach hauen wir mit Hilfe eines Hammers auf den Stempel. Der Hammer sollte schwer und robust genug sein, um möglichst viel Kraft auf den Stempel ausüben zu können. Dadurch wird das Blech kreisrund ausgestanzt und wir können es von der Unterseite des Stempels entnehmen. Damit wir nach dem Ausstanzen den Stempel leichter entfernen können, hauen wir diesen einfach durch die Bohrung durch. Die kreisrunden Blechteile können anschließend mit Punzen, Anken oder Texturhämmern weiter bearbeitet werden.